Ich guck mal kurz in den Chat rein. Warte, ihr schreibt... Was? Layout? 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 Oh shit! Yo, ihr habt recht! Das ist gar kein scheiß Layout! Und ich wette mit euch, das Video wurde auch kein einziges Mal geschnitten. Hm? Ich glaube, ich muss kurz einen Anruf tätigen. Hallo? Digga! Wo zum Teufel bist du? Naslog geht weiter! Ich weiß, du durftest Urlaub machen. Aber die Naslog ist jetzt am Start. Ja, ich stehe kurz vor der Arena-Leiterin und wir haben kein Layout. Keine Pokémon, keine Schnitte. Und was? Die Leute im Chat schreiben kein Intro. Ja, Zapperlot, Alter. Geht's noch, Junge? Ja, ich bin gerade im Mallorca-Schatz. Du bewegst einen kleinen Editor-Arsch. Ist du mir leid? Hierher! Und zwar instant, Junge. Ich bin in Mallorca. Was soll ich tun? Ich warte. Ist mir scheißegal, ob du in Mallorca bist, Junge. Du kommst jetzt hierher. In den nächsten zwei Minuten bist du da. Okay.